Hallihallo Leute und herzlich willkommen hier zu dem kleinen Infovideo und zwar geht es um heute Abend. Ich habe ganz vergessen ein Infovideo rauszuballern noch für den Stream. Denn wir spielen heute Abend wieder das Twilight Deep, ca. 21.30 Uhr hier auf YouTube. Würde mich freuen, wenn ihr wieder so zahlreich ankommen würdet. Ja, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Zumindest zu dem Livestream. Wie gesagt, so ca. 21.30 Uhr, so wie immer, so 2-3 Stündchen werden wir wohl machen. Und wieder schön die Experimental Version weiterzocken. Da wollten wir ja noch einiges machen. Und ja, so viel dazu. Und dann gibt es nochmal ein zusätzliches kleines Infovideo. Ich muss meine Hände vom Tisch lassen, weil wenn ich so mache, dann wackelt das immer so. Noch eine andere kurze Info und zwar wegen The Long Dark. Wie ich gemerkt habe, ist keine einzige Folge The Long Dark gekommen. Und auch am Donnerstag kam kein Stranded Deep. Ich weiß, ich war so stinksauer, dass ich mein PC gar nicht angemacht habe, weil ich einfach keine Lust hatte. Denn ich wollte so lange Dark hochladen und mein ganzer Ordner ist weg, wo die ganzen Aufnahmen drin waren. Ich habe keine Ahnung, wo der gelandet ist. Ja, ich werde mal gucken, dass ich irgendwie das wieder aufgenommen kriege. Aber ich werde nicht von neuem anfangen. Ich werde dann den alten Spielstand nehmen. Ich bin dann zwar schon ein bisschen weiter, aber das werdet ihr dann ja sehen. Ja, das war es einfach. Erstmal. Für heute. Wir sehen uns heute Abend. Ciao, Leute. Ciao, Leute.